Ich heiße Brigitte Grabowski und komme aus Wielen. Ich verkaufe hier auf der Börse, weil mein kleiner Sohn Aaron es liebt zu verkaufen. Und deswegen suchen wir dann immer im Haus Waren zusammen und gehen auf Börsen zu verkaufen. Also was wir immer ganz toll an der Börse finden ist, dass es für junge und Mädchen ganz tolle Sachen gibt. Von Jacken bis Schuhe und Hosen. Und da sind dann auch alles verschiedene Größen dabei für super gute Preise. Und deswegen sind wir alle Jahre gerne dabei. Es war eine Idee von vielen Müttern aus dem Verein, um den Neubau und den Verein zu unterstützen, Kinderkleiderbürste zu machen. Und das hier ist jetzt das Resultat. Eine volle Halle mit vielen Verkaufsständen und zufriedenen Eltern. Wir haben sehr, sehr viele Anfragen und viele davon mussten wir leider auch vertrösten. Vielleicht auf den Herbst. Schauen wir mal.